Hallihallo, Hallöchen liebe Zuschauer, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Battleground Commentary, mal wieder aus der Tiefenwünschlucht. Ja, wie ihr es vielleicht hört, ich bin immer noch krank. Ja, gut, wenn ihr die Folge seht, ist wahrscheinlich das Ganze schon längst rum. Das war jetzt in der Woche, wo ich einen Krippal-Infekt hatte, beziehungsweise wo meine Erkältung sich zur tödlichen Männerkrippe mutiert ist. Aber gut, ja, die Lautstärke ist übrigens jetzt auch hier lauter. Das ist also jetzt die erste Aufnahme, wo ich die Lautstärke dann angepasst habe. Ich hatte ja noch zwei Aufnahmen gewesen, die sind ja mittlerweile schon oben. Da wollte ich jetzt nicht nochmal machen, war alles schon fertig. Okay, gut, dann lade ich die noch hoch. Es ging ja. So, was haben wir hier? Ja, halt noch. Irgendwas vergessen. Ja, also Entschuldigung, wenn ich immer nochmal ein bisschen die Nase hochziehe. Oder jetzt so schön ins Mikrohust. Wird schon funktionieren. So, mal gucken, was haben wir hier? Was hat sich geändert? Zunächst den Vierer-Set-Boni habe ich ja. Ja, gut, neues Video, neues Mock. Das hier ist das T-Elf Hero. So, mit dem Unterschied, also der Gürtel ist vom T6. Also der Original-Gürtel, nicht diese billige Kopie. Und der Helm ist... Ach, T5 Recolor. Den gibt's beim ersten Boss im Schlangen-Schreiben, wenn ich mich nicht irre. Sagen wir mal hier. Sagen wir mal irgendwas zu... Was haben wir eigentlich für Gegner? Ich bin auch Deutscher seit langem. So, gucken wir mal, wie das hier abläuft. In der Mitte ist irgendwie keiner. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah, klar, kaum schon mehr. Und schafft das. Er schafft's nicht. Oh, ihr habt mich aber gleich lieb. Die spinnt wohl alle. Er fickt euch. Ach, scheiße. Kacke. Halt's doch nur lieber gleich. Ja, Mann. Ah, es gab keinen wichtigeren. Das hat man eben gemerkt. Fischte ich jetzt auch nicht. Ah, egal. Ich hab getappt. Dat war wichtig. Umkammer. Warte, ja auch. Da nicht. Ne, warte. Oh Gott, das gibt's ja nicht. Das fängt ja jetzt schon super an. Okay, die werden grad auseinandergerobbt. Ah, Moment mal. Was hast du denn da vor, mein Freund? Nichts gibt's. Alles toll. Ich zerrobben wir mal. Wollen wir mal raus. Haben wir zurückgeholt. Immer schön nachwaffen. Kleiner Heal. So, wo gehen wir jetzt hin? Ich hab alles verloren. Fast alles hilft in einen Punkt. Tja, die drücken da ordentlich. Kann man da noch helfen? Ne, nicht wirklich. Das sind zu viele. Ne, da muss ich nicht rein. Da kann ich denen leider auch nicht mehr helfen. Komm, erstmal buffen. Ah, ich ahne schon. Das wird ein scheiß WG. Dann gehen wir hoch zur Pandaren-Ministerska. Ich kann's wie nie behalten. Pandaren und Goblin-Mine. Genau, die Goblin ist nämlich hier unten. Ich werf die irgendwie immer durcheinander. Keine Ahnung warum. Ich frage was nochmal an der Glieschämie. Und ein Warioa. Guck mal. Das ist da oben. Das sind zwei Allies. Der ist in die Morte. Noch ein. Okay, dann können wir. Drühe in den Stunt packen und tap. Irgendwann der Hunter und Ries sich merken. Noch ist der Tepp. Nein, da ist noch ein Schurge der was dagegen. Oh, mir die Bum. Oh. Komm, wo man mit dem rumzimmern kann. Na, nehm schon. Aber das könnte ihm weh tun. Pin line. Kicken. Box raushauen. First blood. Den mitnehmen. Den sterben lassen Den stunnen Und töten Und Schurken Stunnen Und töten Jetzt den wieder hochheilen Mal den Monk Warladen Fuck Fuck Knapp, knapp, zack Da Da haben wir es noch überlebt Gerade so Zwei Leute den ganzen Den Arsch gerettet So geht das So muss das sein Das ist effektiv Diesmal habe ich rechtzeitig Die Bubble wieder gedrückt Das passiert mir in letzter Zeit Wieder so oft Ich weiß, ich muss die Bubble drücken Mach aber da noch irgendwas anderes Also Und dann habe ich natürlich Ein Global und sterbe ich Da habe ich mich selber geglobelt So ungefähr Ah, du bist doch bescheuert Ja, komm Natürlich Scheiße Das ist verreckig Ich werde mir Nimm die Bubble geben Ja, das wird mal tot sein Aber dann kann ich gleich weg Jetzt war der Priester dabei Aber Ja, jetzt kommt noch ein Star Oh, schon wieder ein CC Was willst du eigentlich? Ja, okay Jetzt hast du schon gewonnen Ich muss noch mal ein Star Weg ist es Weg hier Schaffen wir das noch? Das könnten wir schaffen Ja, diese Scheiße Das ist der Ingi-Dreck Der hätte mich überhaupt nicht kriegen können Naja gut Ja, passiert Ja, ich bin im Moment noch nicht so gut drauf Das zerrt ein bisschen an den Nerven Mit dem Infekt Wenn er ein so richtig Habe ich es sowieso Ein bisschen Halsnerv Ein bisschen kratzig Das hört man Hört man vielleicht auch Gut, das Husten geht jetzt noch Ah, ich darf mit Ich darf mit Jod gurgeln Ich weiß nicht mehr was das Beta Isadona heißt Das glaube ich Das kannte ich nur als Salbe Aber das gibt es auch irgendwie so als Irgendwie als Jod Flüssig Und Ja, das dann mit Wasser verdünnen Und dann darf ich täglich Zwei bis dreimal gurgeln Und so wie es riecht So schmeckt es auch Und es ist bäh Dat ist wirklich bäh Komm Gleich mal auf dich drauf Mein Freund Genau Und jetzt ziehen wir mal Dich mal weg Der Rischbruch schlägt jetzt rein Genau Das ist auf der Hammer Und jetzt bist du Und jetzt bist du auch tot Knapp Mal tappen mal Das ist schon gelebt Aber noch Zwei Eins Zack durch Er lebt noch Und er wird hier sein Nach Waffen Weg ist er Ach ne Da vorne ist doch Der Schurke Doch Und greif mich an Gut Gut Ist er hat Stun Ah E-Stun Fisch Spur Let's Haste Oh Gott, ey, Eule, geh mich um den Sack. Wo kommt denn jetzt auf einmal das her? Die Eule kauft auch noch mich an, hab ich das Gefühl. Ja, 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 natürlich, Leute, ey, ist aber... Mann, Mann, Mann. Einmal mit Profis. Geheilt hab ich. Okay, wir haben nur einen Heiler, kein Wunder. Das hat die Horde. Zwei. Das merkt man. Unser Pally heilt zwar ordentlich, aber, naja. Gegen so viele kann ja auch nichts mehr anders sein. Zwei Heiler dann doch besser. Auch wenn sie jeweils nur die Hälfte heilen. Oder 60% von ihnen. Ich heil zwei, ne? Na, Sprunggelenk ein bisschen trainieren. So. Aber mit dem Hunter kann ich nicht mithalten. Ne, Hunter kann ich nicht mithalten. Was die für durchdrehende Sprunggelenke haben. Lieber Schorli. Geht ja auch nochmal am Rappen. Ja, ja, das läuft noch. Noch sind wir irgendwie, ja. Okay, die werden gleich Ink haben. Ne, die haben Ink. Ne, doch, die hatten Ink. Gehen wir mal runter. Die haben wahrscheinlich gleich Ink. Ich würde die Taten hochkommen. Das haben wir immer noch. Ja, wie gesagt, Ink. Uah, gleich down. Ach du Scheiße. Ne, brauch ich nicht hingehen. Vergiss es. Ne, das ist lächerlich. Hahaha. Eins gegen zehn? Nö. Nicht mit mir. Ja, Eule. Oh, fickt euch. Gleich was dann. Ey, wieso kriege ich den nicht ins Target? Ach, das ist ein loser Tod. Ach, das war sinnlos. Das ist halt immer wieder blöd. Ne, was soll's. Ärgert mich zwar schon, aber gut. Ist halt Random BG, ne? Eigentlich trifft man hier, eigentlich spielt man hier gegen die Crème de la Crème. Oder gegen die größten Vollidioten. Und genau das ist ja das Stimme da dran. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So. Wann sind sie hier? Ist hier was? Ne, nix. Gut. Dann haben sie wahrscheinlich doch alle da abgefangen. Okay. Moment. Goblin-Mine ist das. Hier haben sie nicht. Aber jetzt haben sie alle drei. Noch mal ne Maus. Und wenn man ne Tastatur spinnt. Ne, jetzt nicht mal. Genau. Bash ihn. Nix nochmal und stun. Ah, Bubble. Ja, okay. Das Problem für dich ist, mein Freund. Du, aber es stirbt. So, auf jeden Fall. Oh, du Feigling. Jetzt du kein Inji. Das ist richtig scheiße. Trottel. Trottel. Natürlich Spellreflect. Geil. Geil. Zimmert er den einfach noch weg. Du Arschverreck. Oh, nein. Oh, nein. Äh, wie hat sie mir denn den Priester nur weg? Ich hab gedacht, das reicht noch. Äh, so kann man sich verschätzen, ne? Na gut, hätte er jetzt nicht die drei Millionen bekommen. Oh, nein. Ist ein Resspruch. Das ist ein Resspruch. Oh, das ist ein Resspruch. Also, ich hab ein Kill. Ich hab ja schon 5. Oh, das habe ich schon nicht gesehen. der ist nicht mal gut, er hat aber 8 kills, hudel pro abgestaubt 1, 2, ist auch nicht viel los, aber doch wenn ihr da reinkommt, sind wir 4, 5, 6 wären everyone, go there and dou och att ẩnt , SSG mason, SSG DB, Toni, SSG biefe, SSG optimistun ey, hospital stop bitch, SSG dec Ryan lade man sonst ... Was dann? Holt er mich raus? Kann er wahrscheinlich nicht. Dann kann ich mir nicht helfen. Super, ich hab's gewusst. Ey, wenn die Scheiß-Olle nicht verreckt ist. Ich hab's überlebt. Also das war wirklich ein WG überhaupt nicht nach meinem Geschmack. Äh, gut, was will man machen? So ist es halt, ne? Aber ärgern tut's mich grad doch schon tierisch, was eigentlich wirklich scheiße war. Naja, gut, was soll's. Ich, äh, sag wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein sollte, ab damit in den Kommentaren. Natürlich auch, klar, Verbesserungsvorschläge, etc, kann ja sein, dass irgendwie dann, äh, und so weiter. Wenn ihr mal mit mir WG machen wollt, dann einfach anschreiben, ne? Ich sag dann Dankeschön und bis zur nächsten Folge. Ciao! 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 Ciao!